Christian, Fabian, Peter, Rüdiger, Bea, Norbert, Norbert war ich dich? Ja, Norbert, hier, gib mir mal einen auf die Unterschrift, vielleicht will ich nicht raus, wer du willst. Wie denn? Bea, kannst du mir mal kurz unten einen Stempel hinmalen, damit ich nachher noch in die Tisse reinkomme? Ja, das, nur kurz ein Stempel, irgendwas, du, hier fährst du, ja, das ist ein Handkreuz, ihr habt ein Handkreuz gemalt, das ist der Stempel, ich hab kostenlos einen Eintritt, ey, oh, verdammt, ich geh jetzt duschen.